Der Prediger. Er wusste, dass du wiederkommen würdest. Und er dachte sich, wir beide hätten noch was zu klären. Da hat er richtig gedacht. Du wagst es. Niemandem steht es zu, über mich zu richten. Krieg zur Seite! Kannst du es denn nicht verstehen, William? Nein, du weißt nicht, wie es war, der Schöpfer von allem zu sein. In der Zeit vor der Schöpfung. Ich war allein. In unendlicher Einsamkeit. Also schuf ich aus dem Nichts, die Liebe. Mein größtes Geschenk, William. Erlaube mir, nun auf meinen Thron zu steigen und es dir zu geben. Deiner Familie. Deine kleine Tochter. Ich liebe sie so sehr. Ich weiß, was genommen wurde. Soll nun zurückgegeben werden. Tritt zur Seite. Und dann gebe ich dir eine Ewigkeit. Voller Liebe. Und wenn ich mich für Hass entscheide. und dann Untertitelung des ZDF, 2020